Kommt zu mir, ihr gesiegnetendes Herr, kommt und entfragt vom König und Herrn. Tretet ein, das Reich ist nun bereit, kommt zu mir in meine Herrlichkeit. Das bekennen wir, das bezeugen wir und das glauben wir dir, das bekennen wir. Wir vertrauen deinem Wort, mit dem alles viel begann. Fang auch heute mit uns an, fang ganz von vorn. Jetzt sind wir am Ziel angelangt, suchen dich, den die Seele verlangt. Unsere Wege führen Gott zu dir und du selber öffnest für uns. Lasst uns nur den Pflamen singen, unsere Lieder vor ihm bringen. Loben, klagen, bitten, danken, kommt ihr Menschenkinder. Amen, Amen, so soll es sein. Amen, 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 so soll es sein. Amen, Vater, unser, unser Vater, dein Reich komme, Maranatha. Amen, ja komm, Amen, ja komm, Vater unser, unser Vater, dein Friede mit dir. Amen, ja komm, Vater unser, unser Vater, dein Friede mit dir. Shalom, 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 und Friede mit. Jesus, sage für mich, bitte sag dich um mich, Jesus, sage für mich, und ich werde Kyrie, Kyrie, Kyrie gewesen. Kyrie, Kyrie, Kyrie. Glor über den Herrn meiner Seele, glor über allen seinen Namen, glor über den Herrn meiner Seele. Und vergiss nicht, was er dir getan hat, der deine Sünden vergibt. Einung schenkt und Erlösung, der dich grünt mit Gnade und Barmherzigkeit. Nehmt und esst vom Brot des Lebens, nehmt und trinkt vom Kelch des Heils. Eure Schuld ist nun vergeben, seid getrost, ihr seid nun frei. Geh auf deinen Lebensweg und unter Gottes gutem Segel. Geh auf deinen Lebensweg und unter Gottes gutem Segel. Darum fürchte dich nicht. Geh auf deinen Lebensweg und unter Gottes gutem� Segel. Untertitelung des ZDF, 2020